Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist Ostern und bevor ich mich mit meiner Familie an den Kaffeetisch setze, habe ich beschlossen, noch drei Tage so eine kleine Timeout zu machen und bin auf dem Weg ins Trommelwirbel Elbstandsteiggebirge. Und ja, ich wollte mal gucken, ich hatte noch nicht alle Etappen des Malerweges erwandert und darum wollte ich vielleicht mal noch zwei Etappen hinter mich bringen. Ja, freut mich, dass ihr auch da seid. Bleibt einfach dran. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn ja, perfekt. Wenn nein, einfach unten auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann, lasst uns starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrön-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Guten Morgen. Habe ich nicht den schönsten aller Stellplätze erwischt? Gut. Und dann gleich noch mit Blick auf die Festung Königstein. Guten Morgen. Was nützt der schönste Stellplatz, wenn es draußen noch frisch ist und ich will gemütlich frühstücken? Darum gibt es heute Frühstück wieder im Auto. Jetzt mache ich mir erstmal einen leckeren Kaffee. Und ich war schon im Supermarkt und habe mir frische Brötchen geholt. Und ach, ich liebe es. Musik Since I'm traveling around the world Every day there's something new Like a child I learned to roll and turn All the things I thought I knew There are so many ways to think and live It's so colorful and bright Na dann, Prost! Für mich ist es übrigens ein riesengroßer Vorteil, wenn man alles im Auto machen kann und draußen machen kann. Darum habe ich keine eingebaute Spüle, ich habe einfach eine Schüssel und einen Wasserkanister und wenn ich mag, dann trage ich das nach draußen und wenn nicht, dann mache ich es drin. So kann ich alles variabel nutzen und bin ich angewiesen. Hätte ich mir eine Spüle hier eingebaut, müsste ich immer drin spülen und die Kanister immer entleeren und ausleeren. Und ja, ich finde es einfach mobil besser. Für mich ein riesengroßer Vorteil. So, jetzt bin ich fertig, ich bin richtig fett gefrühstückt und jetzt will ich wahrscheinlich, also ich bin ja ein sehr spontaner Mensch, darum sage ich lieber wahrscheinlich, in die Edmundsklamm und zwar nach Tschechien und da fahre ich jetzt hin. Ich hoffe, ihr seid dabei. Musik Das dort vorne ist übrigens der große Winterberg, der jetzt hinter den Bäumen versteckt ist. Und hier links ist die Kernzone der Sächsischen Schweiz, also Nationalpark Sächsische Schweiz, die Kernzone, wo es im Jahre 2022 so stark gebrannt hat. Ja, da seht ihr schon da oben die Felsen alle. Und auch dort vorn, ja, da ist es richtig schön zu wandern. So, da vorne ist Rensko, da will ich hin. So, ich parke jetzt hier und habe aber ein Problem. Ja, ich habe ein kleines Problem. Da, wo ich hin will, da steht jetzt bei Google Maps vorübergehend geschlossen. Gehe ich trotzdem? Das sind so 5 Kilometer von hier. Also 10 Kilometer umsonst oder? No risk, no fun. Ich glaube, no risk, no fun, oder? Lasst uns starten. So, bye bye, Benna. Ich hoffe, du stehst nachher noch da. Und ich habe richtig Glück mit dem Wetter. Schaut mal, es klart auf. Ich bin gestartet und ich bin jetzt hier in Rensko. Ich zeig's euch mal. Ich mag den Ort total. Es ist ein total niedliches böhmisches Dörfchen. Leider ein bisschen vom Massentourismus heimgesucht. Und ich höre hier tatsächlich nicht nur Englisch, sondern auch Französisch sprechende Menschen. Und ja, hier ist Multikulti angesagt. Ja, hier kann man natürlich auch parken. Man ist dichter an den Wanderausgangspositionen. Und ja, man muss nicht so weit laufen. Aber ich habe super häufig schon gehört, dass Autodiebstähle hier an den Wanderausgangspunkten stattfanden. Weil ja, man stellt sein Auto hin und wandert los. Und da fühle ich mich dort vorne an der Straße, wo jeder drauf blicken kann, doch ein bisschen sicherer. Acht Euro für einen unbewachten Parkplatz wäre mir sowieso ein bisschen viel. Und schaut mal, geil, oder? Ja, schauen wir mal, ob ich jetzt hier reinkomme, sozusagen. Da steht es dran, Eingang, Klammen. Ich bin gespannt. Übrigens große Empfehlung, Schenke-Diener-Gulasch mit Knödel. Einfach ein Must-Have hier. Ausnahmsweise hat Google mal recht. Musik In my mind said I have built some walls But they didn't make me free Instead they locked me up and pushed me down So that I can hardly see Eines weiß ich ganz sicher. Irgendwo hier werde ich heute noch Schenke-Diener-Gulasch mit Knödel essen. Auf dem Rückweg, wenn ich es mir verdient habe. So oder ähnlich würde es aussehen in den Klammen. Musik Und ja, man kann hier auch parken. Dann spart man sich die 3 Kilometer Fußweg. Bis hierher. Aber da muss man früh genug kommen. Jetzt ist es 10 Uhr und hier ist alles voll. Hier wollte gerade jemand parken. Und die Parkwächter haben mit dem Kopf geschüttelt. Alles voll. Hier sieht es ein bisschen wild aus. Das liegt noch an dem Brand vom letzten Jahr. Aber auch gut für die Natur, wenn man nicht eingreift. Boah, schaut mal. Ich überlege tatsächlich nun doch, ob ich zum Brebisch-Tor wandere, um die Auswirkungen des Brandes mir mal anzuschauen. Und da oben war immer Wald. Da ist alles kahl. Alles abgebrannt. Vielleicht kann ich das von da oben sehen. Alles in Schutt und Asche. Hier vorne auch. Boah, ich finde das so krass. Ich war ja hier vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so mit Cassie damals noch. Und da war ja alles grün. Also, was eine Zigarette oder eine Glasscherbe alles anrichten kann. Alles ist platt gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich zum Brebisch-Tor hoch und gucke mir das Ganze mal von oben an. Hier mal ein kurzer Blick auf die Landkarte. Ich stehe hier irgendwo, wo die 2 ist und bin dann durch Rheinsko gelaufen und wollte dann hier in der Klamm weitergehen. Ging leider nicht. Und jetzt bin ich hier am Aufgang zum Brebisch-Tor und werde wahrscheinlich tatsächlich jetzt mal hier hochgehen und mir die Katastrophe von oben ansehen. Ich war ja über 10 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Und musste in der Zeit ganz oft sowas bekämpfen, sage ich mal. Und ja, weiß, was das heißt und was die Kameraden hier geleistet haben. Das war ja auch. Und das ist ja auch. Und das Schöpfe von Leben war mirнесen. Und das Schöpfe von Leben war mirast, mit der neuen Neu distortion, die ich gemacht habe. Und das ist ja auch. Und das ist ja auch. Aber wie ihr auch seht, an Feiertagen ist diese Tour nicht zu empfehlen. Hier ist die absolute Völkerwanderung. Jetzt geht es steil bergauf. Als ich letztes Mal hier war, ging der Weg noch so in Serpentinen hoch. Heute geht es steil bergauf. Eine von den Dingen, die ich heute gelernt habe, ist, dass ich in Gott vertrauen kann. Es gibt immer eine geforderte Weise, und zu vertrauen ist nur ein Start. Ein Trip kostet 4 Euro. Also doch nicht 4 Euro, sondern 2,50 Euro. Und da seht ihr den Weg, den ich gegangen bin. Und ich stehe jetzt hier direkt drunter. Ui, da sieht man noch sehr, sehr viel mehr Schienen. Alles platt. Es ist tatsächlich heute sehr voll. Wir haben Ostern. Ich war schon mal Herrentag hier, da war es nicht ganz so voll. Jetzt geht es noch weiter nach oben. Kann mir jemand von euch eine Handyhalterung fürs Stativ empfehlen? Bei mir ist gerade die eine Seite hier abgebrochen. Und ja, ich brauche praktisch jedes Jahr ein so ein Ding, weil das immer kaputt geht. Ich hatte bis jetzt immer eine von Hama und dachte immer, es ist gute Qualität, aber scheinbar nicht. Also wenn mir jemand so ein Teil empfehlen kann, dann bitte in die Kommentare. Ich versuche es mal, dass mir keiner reinquatscht. Also dieses Tor ist das größte natürliche Sandsteintor Europas und auch das meistbesuchteste. Und Wissenschaftler erforschen seit Jahren, warum das nicht einstürzt. Und sie haben herausgefunden, dass dieser Block und dieser Block selbstständige Felsen sind. Und dadurch ist die Spannung nicht so groß und das stürzt nicht ein. So, jetzt geht es wieder runter. Ich sage mal bye-bye, bis wir unten in Rensko wieder sind. Oh, 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 isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and mine just to be wild and free. Oh, 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 isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and mine just to be wild and free. Schau mal, da oben fahren wir. Also ich finde, die Vermutung liegt nahe, dass hier jemand eine Kippe weggeworfen hat. Es kann ja kein Zufall sein, dass hier direkt neben dem Wanderweg so ein verheerender Waldbrand ausbricht. So, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and mine just to be wild and free. Ich glaube, die konnten bei dem Brand hier noch von Glück reden, dass es Buchen waren hauptsächlich. Ich war mal bei einem Waldbrand dabei. Das waren hauptsächlich Nadelbäume, Fichten und Kiefern, glaube ich. Und man denkt als Feuerwehrmann, man steht weit ab vom Brandherd und plötzlich zischt es neben dir und eine kleine Brand-Explosion fegt den Baum neben dir weg. Das sind diese harzreichen Bäume, die brennen natürlich viel schneller. Und Buchen müssen eigentlich trocken sein. Glück gehabt im Unglück. Ich bin zurück in Rensko und sitze hier in einem Restaurant, bestelle mir jetzt leckere Knödel und ich zeige euch mal meinen Ausblick. Ich liebe das böhmische Essen. Also die Location ist ganz urig, auch mit dem Wasserrad hier vor der Tür. Aber das Personal stimmt jetzt nicht so. Die waren nicht so freundlich und das Essen war jetzt auch nicht so der Kracher. So, ich bin jetzt wieder im Auto, wie ihr seht. Ich habe die Tour auch bei Komoot hochgeladen, wenn ihr wollt. Ich kann ja unten in der Infobox den Link reinstellen. Und jetzt ist der Tag angebrochen. Ich wollte eigentlich noch einen Kaffee trinken, aber habe irgendwie nichts passendes gefunden. Darum fahre ich jetzt weiter und zwar nach Hohenstein. Ich war noch nie in Hohenstein, also immer so dran vorbeigelaufen, aber noch nie so wirklich. Und dann dachte ich jetzt so mit so einem halben Nachmittag kann ich noch Hohenstein besichtigen. Also lasst uns losfahren. So, jetzt geht's auf nach Hohenstein. Ich finde, langsam könnten die sich hier auch mal eine bargeldlose Möglichkeit für ihre Parkscheinautomaten erfinden. Weil anständig muss ich hier irgendwie Bargeld holen. Ich habe nie Bargeld dabei, aber jetzt habe ich erst mal wieder was gefunden. Und ja, jetzt haue ich das hier in Wenner rein und dann geht's auf die Burg. Die muss da oben irgendwo sein. Hier sind gleich noch Tourenvorschläge. Hier kann man auch direkt zu Bastai wandern. In fünf Stunden Polenstall, drei Stunden Weizdorf, vier Stunden Berngarten, Brand. Ja, einige Vorschläge, also auch ein guter Ausgangspunkt für diverse Touren. Ihr seht ein schönes kleines Örtchen und das sieht doch schon wie eine Burg aus, oder? Wirklich hübsch hier alles gemacht. Hier ist die Touristeninformation. Ja, richtig alte Häuser, alle schön rekonstruiert und da im Hintergrund, da sind die Felsen. Aber auch echt verlassen. Ihr seht, ich bin mit meinen Videos richtig aktuell, denn es ist Ostern und das ist das Rathaus. Da ist Bergsport Arnold, den kenne ich zufälligerweise. Ein Kletterer. Ja, ganz nett, aber irgendwie nicht so das richtige Kaffee, was ich finden wollte. Morgen ist hier Ostermarkt. Da ist eine Imbusbude. Na, schauen wir mal. Ich kenne mich gerade, warum ich hier nicht parke. Ich sehe gar keinen Parkscheinautomaten hier. Und da unten musste ich Parkgebühren bezahlen, ein Euro die Stunde. Gute Frage, aber schön, oder? Ein schönes kleines Örtchen. Und jetzt geht es hier rein. Ja, tatsächlich war das zu meinen Jugendzeiten eine Jugendherberge. Und als ich immer klettern war, haben wir hier stellenweise übernachtet. Ja, hier steht auch nochmal, was es alles mal war. Hölzerne Burganlage und dann ging es hier los. Jugendgefängnis. Größte und schönste Jugendherberge Deutschlands 1924. Und dann kommt die SA, dann Reichsjugendherberge, Kriegsgefangenenlager. Und dann kamen die Flüchtlinge hierher. Und 1949, die Burg wird wieder Jugendherberge. Und jetzt ist sie Naturfreundehaus. Dann gehen wir mal da rein, oder? Das Turm verließ. Ey, wer hier macht einer die Tür hinter mir zu? Ich mag sowas nicht. Reine Gedenkstätte. Ja, das ist ein kleiner Burgkönner. Kleiner Burgkönner. Wow, ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Eintritt bezahlt. Ach, hübsch. Das einzige, mein Burgkaffee, was ich gelesen habe, scheint outside zu sein. Das ist mir doch tatsächlich etwas zu kalt heute. Ei, ei, ei. Hier muss man schwindelfrei sein. Pass auf. Das geht tief bergab. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Ball. Der Wind. Der Wind. Turmhaus. Ah je. Kommt ihr mit hoch? Ich hätte mal zählen sollen. Und da stand ich eben und habe die Aufnahme davor gemacht. Hier unten ist der Burggarten und da hinten ist die Straße. So, mein Fazit zur Burg, ja, kann man mal machen, wenn man in der Nähe ist. Unbedingt hierher fahren musst du nicht und es ist alles nur bis 17 Uhr geöffnet. Also jetzt ist es 16.30 Uhr oder so und die machen jetzt schon dicht. Hier zum Beispiel ist ein Kaffee, da ist auch schon zu, da ist so ein Absperrband davor. Da ist noch eine Imbissbude, muss man nicht haben. Und da drin das Kaffee ist auch schon, die haben auch gerade alles abgeräumt. Also entweder früher kommen oder ich weiß es nicht, selbst Kaffee kochen. Ach so, und darf ich euch vorstellen? Das ist Gretel. Gretel hat einen Holzbildhauermeister 19... Nee, 2022 erschaffen. Und so sieht sie in echt aus. Bisschen wie Pinocchio. Das ist der Hohensteiner Kasper. Vom selben Meister erschaffen. Ich finde, das sieht man, sehen sich ähnlich. Die Gegend ist hier übrigens außerhalb der Saison wahrscheinlich so wenig frequentiert, dass es hier keine Geldautomaten gibt, sondern Haltepunkte für Sparkassenautomaten oder für Sparkassenbusse. Und dann muss man da zu dieser Zeit hierher kommen. Dreiviertel Stunde hält er. War ja nicht so viel los in Hohensteinen. Aber gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein! Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Bye, bye! Bye, bye!